Ich habe sehr viele Postkarten bekommen, die sind alle hier. Ich habe zwei große Tüte mit ganz vielen Postkarten, das muss ich jetzt auch erwähnen, von vielen Frauen. Diese Frauen kenne ich nicht. Das sind Frauen aus Japan, aus Korea, aus England, aus Schottland, aus Deutschland, aus verschiedenen Städten. Die haben mir ständig geschrieben. Ich habe zig Postkarten bekommen, ich habe auch sehr viele Briefe bekommen von Frauen. Von Frauen habe ich Postkarten und auch Bücher von meinem Sohn bekommen. Also die Solidarität war enorm, muss ich sagen. Ich war überglücklich. Die andere Frage war... Ach, die deutsche Presse, oder? Genau. Die Mitarbeiterinnen des Konsulats haben mir regelmäßig die Presseerklärungen, die Nachrichten, die über mich gemacht wurden, haben sie mir mitgebracht. Also ich hatte die Gelegenheit, die Nachrichten zu lesen. Natürlich nicht alles. Sie konnten auch nur einige mitbringen. Aber meine Familie, wie gesagt, die Mitarbeiter haben mich immer wieder darüber informiert. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Dankeschön.